Die Summen habe ich verbracht im Camp Beuberg, das war ein jüdischer Camp. Und ich bin meine ganze Jugend gewinnt, von 64 bis 74 bin ich alle Summen gewinnt in Beuberg. Und das war mein neunster Haber von Beuberg, nicht von meiner Schule. Nicht, was mit Gerät so viel jüdischer Beuberg zu meiner Zeit, in den frühen Jorden, ja. Und später, als ich als Archivist in Ivo war, habe ich zum Beuberg-Archiv aufgestellt, das der Lebenslehrer, der Unführer, hat gemacht. Und jetzt bin ich geworden sozusagen der unoffizielle Historiker von Beuberg, weil ich auch gemacht habe. Und Camp Beuberg ist gewesen, lass mal sagen, ein Experiment von Lebenslehrern. Was er hat gewollt, schaffen originelle Zeremonies, Ritualen für die Kämpfe, wo es nicht religiös ist, nicht Frömmkeit, aber gewollt, dass die Kinder sich nicht assimilieren sollen, sollen sich verlieben in die jüdische Kultur, in die jüdische Kultur. Und dann weiter, in meiner Zeit hat man nicht, ich meine, ich meine, ich meine, meine Brüder sind gewinnt zwischen den Einzigen, was haben gerade jüdisch in meiner Zeit. Auch Josh Waletzky ist gewinnt der Musiklehrer. Ich meine, von älteren Kindern, ja. Aber er hat, lass mal sagen, alle haben sich ausgelernt, Freitag zur Nacht, die Lieder. Und es gewinnt eine Piaße mit einer Saison, wo es gewinnt, ein Haupt auf jüdisch. Völke Jontiff, es gewinnt eine Sache auf jüdisch, die Lieder sicher auf jüdisch. Und Spermes hat da reingepflanzt eine Liebschaft zu jüdisch, zwischen den Kämpfern. Viele Leute haben sich nicht gekannt jüdisch, und sich nicht weiß, wie zu reden jüdisch. Es sind geblieben die Sachen, es sind Tage geblieben in sehr, sehr kurden, und geschaffen als eine warme Zwiebel zwischen uns allen. Es ist nicht gewinnt eine politische Ideologie. Das ist gewinnt, schon mal ein Volkinstitut, was ist gewinnt, ein Gebäude, Bäubereg. Heute stellt man den Tropfen auf Kultur, nicht auf Politik. Aber man darf denken, dass alle weltliche jüdische Organisationen sind gewinnt progressiv. Das heißt, auf der linken Seite von dem Spektrum. Aber sie sind gewinnt von der rechten Seite von Arbeitering, und die waren da die Kommunisten. Aber es sind nicht gewinnt politisch, und mehr traditionell. Wir haben gezeichnet, Freitag zu Nacht, und haben sie gemacht Kiddisch, Tische vor mir gehabt, eine Zeremonie. Und das ist bei uns gewinnt, dass die Sache im Kuchen, nicht wegen der Bessermittisch, und das ist geblieben, ein Mensch mit der Kempel. Es ist geblieben, ein Herzloche, sein Gedanke. Und das ist geblieben. 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 Und das ist geblieben.